Die VWL unterscheidet sich dadurch, dass sie mehr Sicherheit gibt, ordentliche Ausbildungsplätze garantiert und die Mitarbeiter sehr vielfältig hier arbeiten können. Wir sind der betriebliche Altersversorger für den öffentlichen Dienst. Der Weg ins Büro ist schon voll. Wenn das Wetter passt, fahre ich mit dem Fahrrad und dann genieße ich von der Fahrt hierher und freue mich drauf. Wir haben topmoderne Arbeitsplätze. Also ich glaube nicht, dass ich in der privaten Wirtschaft ein vergleichbares Teilzeitmodell erhalten hätte und schon gar nicht als Teamleiterin. Familie und Beruf ist vereinbar. Die VWL bietet den Mitarbeitern ziemlich viel. Fortbildung oder Weiterbildung ist in der Regel kein Problem. Ein offener Umgang miteinander, eine Kommunikation, die stimmt und das passt hier gut. Wir haben jeden Tag was zur Lache. Das war wie ein Werbetext, aber ich fühle mich hier echt wohl. Und wir versuchen den Leuten Spaß bei der Arbeit zu vermitteln, denn nur dann arbeitet man gut. Und wenn Sie den optimalen Ausgleich zwischen beruflicher Entwicklung und einem harmonischen Privatleben suchen, dann kommen Sie zu uns nach Karlsruhe, kommen Sie zur VWL. Das war die VWL. Das war die VWL.